Stroboskop 90 Sekunden von Triplex TXF441 in Kategorie 2 eingestuft und mit der CE-Zulassung. NEC beträgt hier 90,06 Gramm auf alle drei Fontänen verteilt. Und viel zu sagen gibt es hier eigentlich nicht zu. Wie gesagt, der Name sagt es ja schon, drei kleine Stroboskopfontänen, die 90 Sekunden lang einen intensiven und gleichmäßigen Blink-Effekt abgeben. Ja, und würde ich sagen, testen wir einfach mal. Oh, mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.